SILENT HUNTER ONLINE Der Spieler mit seinem persönlichen Erfolg den Ausgang der Atlantikschlacht im Zweiten Weltkrieg beeinflusst. Von Konvoiangriffen über Aufklärung bis hin zum Seegefecht. Nachdem du dich für eine Mission entschieden hast, musst du dein Unternehmen vorbereiten. In deinem Heimathafen wählst du dazu aus verschiedenen deutschen U-Boot-Typen die für die Mission richtigen aus. Alternativ kannst du auch ein komplett neues U-Boot deutschen Typs konstruieren. Das bestückst du dann mit den entsprechenden Waffensystemen und Torpedos, sorgst für die Betankung mit Brennstoff und wählst das Personal aus. Dann kann die Jagd beginnen. Überprüfe die Seekarte auf Kontakte und pürsch dich an die feindlichen Konvois an. Verschaff dir einen Überblick über die Größe des Verbandes und identifiziere deine Ziele. Entscheide, ob du allein oder im Wolfsrudel zusammen mit anderen Mitspielern angreifen willst. Achte auf deine Umgebung und das Wetter. Kontrolliere deine Gefechtsparameter wie Lautstärke und die Sichtbarkeit und mach dein Schiff klar zum Gefecht. Wenn der Angriff erfolgreich war, bekommen du und deine Mitspieler für die erledigte Mission Credits, Erfahrungspunkte und Prestigepunkte. Nach der Rückkehr in deinen Hafen kannst du diese dann dazu verwenden, um deine U-Boote zu reparieren, moderne Instrumente zu installieren oder deine Crew zu befördern. Silent Hunter Online. Jetzt kostenlos anmelden und spielen. Martin Hunter Online. Martin Hunter Online. Martin Hunter Online. Christoph Davis. Untertitelung des ZDF, 2020